Bevor ich mich mit diesen bösen Senkgifte anlege. Uuuup. Au, au, au. Kurz mal hier ein wenig aufladen. Und dann kämpfen wir noch mal ein bisschen. Mal gucken. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit, ja. Und 18 GB frei habe ich noch. Das heißt, einmal hier längs, einmal da längs. Da ist ein Teleporter sogar. Okay. Wo ist der nächste Teleporter? Da hinten. Da gehe ich doch lieber wieder zurück. Ah. So. Tonk. Ah nö, kein Bock auf euch. Geh doch drauf einfach, Mädel. So, und hier ist der Teleporter und das Bäumchen. Ah. Können wir mit dem eigentlich noch reden? Nee. Ja. 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 Der hat nichts mit. Ja, der hat nichts mit zu sagen. Komm, überspringen. Ich meine, der hat nichts mit zu sagen. Buff. Ich meine, buff. So. Würde ich sagen. Einmal noch safen hier. Am Bäumchen. Und dann spannen wir einmal da durch die, durch die fehlenden Bohlen an der Seite. Ja. Und dann kommt wieder der mega, mega Endboss. Hm. Wo ist er hin? Eben stand er noch da. Ha. Wo ist er hin? Nicht übel, Kleiner. Du hast hier gefunden. Ein Kampf zwischen zwei Unsterblichen. Und niemand sieht's. Bringen wir es hinter uns. Na toll. Na, dann wollen wir mal. Ich, Oroth, der Sturmmeister, fordere Sagon heraus, den Verräter. Uroth, der Sturmmeister. Grinst nicht so. Rababa, Rababa. Ha, 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 ha. Na los, Verräter. Alter, lass das doch mal. Aua, aua. Upsi. Wollt nur einen trinken. Los, check mir alles, was du hast. Alter. Ey, ich war mittendrin. Hä? What the fuck? Äh. Ähm. Kämpfe, Herr Schadar. Ich will doch mal angreifen! Alter! Sommer! Das sind ein paar viele Action-Sequenzen. Hallo, ich bin drunter durchgeslidet! Oh, ich wollte noch weiter drauf bügeln! Was, was ist denn jetzt schon wieder los? Zwischen-Sequenzen ohne Ende. Hallo? Hallo? Einfach... Hallo? Lass mich doch mal! Äh... Ja, das wirkt man nicht, wenn der Typ nicht in der Nähe ist. Alter! Genau! Der wischt mich! Umkreis von 10 Kilometern! Ah! Kann ich diese Sequenzen nicht abbrechen? Ah! Button-Mashing! Ich würde gerne mal was treten! Wenn man die Zwischen-Sequenzen überspringen, das ist ein bisschen viel! Ja, Moment! Ich würde mal was treten! Also! Ich würde gerne mal was treten! Ich würde gerne mal was treten! Ah, keine Chance. Sag mal, wenigstens lade ich jetzt gerade mal ein bisschen was auf. Au. Ja, ist ja gut. Chill doch mal. Puh! Tot! Alter! Na los, Spaghetti! Oh. Der lässt sich ja auch in seinen Kack-Attacken auch nicht unterbrechen. Wo bin ich? Da bin ich. Warum brem ich um? Na los, Spaghetti! Ja, stimmt, stimmt! He, he, he. Ich bin nur drunter durchgerutscht. Mach es mir nicht leicht! Irgendwann werde ich ihn schaffen. Das dauert noch eine halbe Stunde. Das dauert noch eine halbe Stunde. Los, zeig mir alles, was du hast! Gut. Ich sag mal, was ist denn das? Na los, Spaghetti! Na los, Spaghetti! Ah, ja, ist klar. Mach es mir nicht leicht! Na los, Spaghetti! Aber es geht weiter. Hm? Er grinst doch noch so scheiße die ganze Zeit. Los, zeig mir alles was du hast! Jetzt ist aber mal gut hier! Diese ganzen Mega-Animationen! Nein, geh doch mal weg! Ah, Double-Jump auch nicht mehr! Sag mal, treff doch mal! Nein, falsche Taste! Ja, ist ja gut! Also dieser Brandpfeil verletzt ihn schon, ohne dass ich was mach! Ich hab noch nicht genug! Ah! Demonstrate ich! Haha! Na los, Mareta! Ehrlich jetzt? Diese Kack-Brandpfeile funktionieren, wenn man auf Abstand bleibt bei denen. Au! Weil der wird immer noch verletzt, während der Zwischensequenz. Alter! Ich muss mal ein bisschen Energie regenerieren hier. Nö. Ich habe keine Brandpfeile mehr. Schade eigentlich. Ich habe keine Brandpfeile mehr gehabt. Ich habe ihn so weit down gekriegt. Mareta! 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 Untertitelung des ZDF, 2020